Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mie-Nachrichten war der 20. November 2022. In der Arena der Mie-Fürries wurde die Herbst- und Wintermode für die Saison 2022 gezeigt. Der beliebte Aufsteigende-Designer Ibrahim präsentierte seine aktuelle Mode, die thematisch auf Herbst und Winter abgestimmt ist. Sehen wir uns die Aufnahmen einmal an. Oh, das ist mein Bruder. Norbert. Wir haben einige Inselbewohner nach dieser Meinung gefragt. Nein, ich möchte nicht im Fernsehen zu sehen sein. Ich habe nichts verbrochen. Ihr bei den Nachrichten arbeitet sicher hart. Was? Danke für Sie zum Schauen. Ich bin Hamburger Tonal. Der 20. November war das Ende. Dieser Mie-Nachrichten. Das ist McDonald's' Bullshit.